So meine Freunde, noch ein Teil, ja, ich weiß, ein bisschen spät, aber hm, wir haben hier noch, die können wir leider nicht mehr öffnen, aber wenn ihr mal nicht gesehen habt, wie ich einen geilen Spieler euch gezogen habe, dann guckt, in den ersten Teil des 100k-Pick-Oberlings, dann seht ihr es. So, wir haben jetzt noch hier, sollen wir seltene Gold-Sets öffnen, oder sollen wir Jumbo Premium-Sets öffnen, was öffnen wir noch? Ich glaube, wir öffnen noch schnell die seltenen Gold-Sets, wir können auch noch 2-3 Stück von öffnen, deswegen öffnen wir es mal schnell, machen wir unseren Trick, bum, bum, wir sehen, ah, John Terry leider nur, schade, schade, die Verträge speiern wir noch schnell. Schade, schade, aber wir haben unser Geld wieder raus, und daher dürfen wir uns erlauben, diese Packs zu öffnen. ZM zu ZM, ja, und der Rest bringt leider nichts mehr. So, und dann haben wir hier noch ein schönes, seltenes Gold-Sets, und das überspringen wir auch mal schnell. Das wird J.G. drin. Der kommt auch noch schnell zum Verein alles hier. Oh, man, 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 man. Bin ich auch gelohnt. Aber, der Hals, man, ich, ich kann's immer noch nicht glauben. Alter Schwede, mit geiler Pack-Reaction. Oh mein fucking Gott. So, und jetzt noch 18k. Öffnen wir mal keinen. Öffnen wir noch hier von zwei Stück. Und dann wird's wohl durch sein, weite. die die das ist nicht schlecht nicht schlecht, die Dierer kommen auf die ganz wehrliste und die kommen noch schnell in den Verein oh wir haben noch mal mehrtens auch nicht schlecht schnell 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 so zack mehrtens auf die ganz wehrliste alle abstimmen sag ich mal das war's für heute jetzt haben wir noch schöner euch ein, abonnieren, favorisieren und auch gerne kommentieren bis dahin, ciao ciao euer Niklas